Willkommen zurück bei Warhammer 40k Darktide mit den anderen Heretiker-Hassern Tobi, Lars, Fabi und mir. Wir gehen wieder auf eine Mission für den Gott-Imperator. Wir sind nur noch ein Drittel schäbig. Das ist ein Drittel schäbig. Jetzt habe ich mir wirklich ein Schwert. Das war ein bisschen Blut. Das muss so vor der Emperor. Da ist ein Haufen. Das ist ein Blut. Oh Gott, es regnet Mörgel-Typen. Das ist ein Drittel schäbig. 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 Das ist ein Drittel, ganz gut. Das ist das Drittel, ganz gut. Schau, 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 Schau! 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 Ja. Oh. 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 Oh, gass. Ich bin gleich da. und gleich dauernd ich hab hier mit werwolf die dauernd helena kommt nach dem probier nach dem probier Ich bin der Scanner, Jeng! Fuck! Waaah! Ab, ich hänge so, ich hänge so ab. Oh, nett. Da kommt was. Durch die Wand, der Backfahrt durch die Wand. Wo bin ich? Im nächsten Raum einfach. Okay, gut, wir müssen wissen, die kann ich auch wollen shoppen. Ja, ich schreibe, es kriegt immer mehr an Hulk. Stimmt, das ist eines, was nicht passt. Mal ein Wahn, vielleicht gibt's das noch irgendwann als Film. So Hulk's nicht. Chaos Hund, Ingo. Den hier kenne ich uns übrigens. Ha, hab ich dich gedutscht. Über mir. Er ist tot. Ich sehe das Geräusch, wenn du es nur hörst. Nein. Tot. Nein, ich sehe das. Nein, ich sehe das. Ich sehe das. Ich sehe das. Ich sehe das. so gut, don't make me ask again oh fuck ich habe liegen, ich fliege in der Geraden hatte äh ich muss warten ok Fabi? ja jetzt ist der Plan der Friest fuck mei leih ich bin da da war so ein Berserker ich hätte fast den Typen mit der den Granatwärter bekommen der Berserker dreht sich um, da geht es euch genug von mir hier, lass mich was ist ein Berserker der hinten ist, er hat uns aufgesucht der hatte, den lebt immer noch waste von einem Uniform, du bist, wich dein Aids willkommen if rough hab ich ihn jetzt alter upload your data to the Servo Skull there is more yet to do follow the Servo Skull to new targets noo und noch eine und noch eine er lebt immer noch jetzt noch eine fuck der hat mich gesucht 3er Folge von dem ey 3er Folge von dem ey get out oh schiebt er schon drauf oh oh das war nicht die Berserker mit am 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 Auf den Ogren! Ein Millionen worlds! All beneath dem Beneficent Emperor's Glorious Banner! Galaxie ist ein großer Ort! Machst du denken? Arda weh send! Ammo! Ammo! I'm bleeding out! You are sorely wounded! On that way! Ammo! I want their skulls! No mercy! Das? Ah, wieder eine Bestie, ne? Musst wir uns kurz glänzen Der ist gleich tot! Er ist gleich tot! Das ist was Porenstein macht, ich glaube! Reloading! Oh Gott! Fuck! Ok, ich glaube... Warte, ich hab ihn gleich! Gott! Oh fuck, Bestie! Oh jetzt, ja! Lass mich doch mal! Hat er das Vieh nicht gerade gefressen gehabt? Naja... Interessant! Oh fuck! Ich glaube, er hat ihn. Der ist tot! Ich bin noch ekelhaft, der als er immer schon ist! Oh! 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 Ich pack da immer so'n ganzen Auto in, ne? Oh! 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 Was? Oh! Und ich war sicher, ich habe keine Lust auf der Wobe! Das ist etwas, du kannst nicht, Trey. Fremdlich ist eine Temptation. Da, ich habe ein schlechtes Gefühl, was da drin ist. Weiter geht's. Verhältnisse, die hohe Probabilität der Outbreak-Site in nahe proximität. Verhalten, ich fühle mich ein Gefängnis. Vorwärts! Da war ein Aufzug An effizient moment in which to deploy the Servo-Skull I ain't scared of you! Your weapons dry as the Witherland! Anyone need a grenade? Oh, that's what I was looking for I got it. You're not going to do it. I will protect you from the first spot And once reached. Commence, scan Throwing grenade! Fable comps must be there Headhunting! Get the last click! Cover me! Ich hab ihn. Scheiße! Ich bin hier Fabel, kannst du mal dein Minidum schillen? Ja Also ein bisschen hier bei uns Danke Ich gassier immer noch Ich bin hier Den kriege ich? Ich steu Ich bin hier Wie ist das passiert? Ich steu mich Ich steu mich und ich steu mich Wir sind hier Feuer, Landwirter Oh ja, das ist krass Die Abomination zu den Leiden! Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? Was ist? Halt der Widerlande! Nichts wie die Schrauben! Das ist die Widerland! Ich verstehe das! Loser! Anifizieren Sie uns! Das ist die Widerland! 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 Ich muss für mich ganz kurz mal erholen. Und ist tot. So die Specials krieg ich super rausgesniped, ich brauche dann immer Schutz vor den Kleinen leider. Aber gut zu wissen, dann ist das wie es läuft. Ja, also ich One-Shot hier auch mit meiner Fähigkeit. Nur die braucht nur Zeit zum Casten. Wirken auch mal sowas zusammen bleiben. Dann kriege ich. Sori braucht keine Muni. Oh, den kriege ich auch, aber es ist langsamer. Ist tot. Der ist doch da auch nicht lang gelaufen, meine Füße. Auf den Hund. Ich bin raus. Ausgeflogen, oder? Nein, gestorben komplett. 16 Sekunden, dann bin ich wieder da. Ja. 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 Ich vermisse das. Ja. Vielleicht vergessen, ich bin zwar weg, ich bin noch mehr, wo ich bin. Ja. 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 Ja, das ist ja immer diese Risto noch erst einmal. Ja. Aber diesen fies. So. Gut. rot und die lieben Sehr gut. Hey, erste Zweier-Mission. Ja. Schöner Abschluss. Für den Tag. Ja. Scheint auf jeden Fall machbar. Zukunft. Ne, dass du die ganzen Specials 2 hätten kannst, das ist halt schon nice. Müsst uns einfach nur alle immer um dich drum herum versammeln. Ja, ihr müsst mir halt nur diese kleinen von mir live halten. Ich glaube, ich und Tobi können die am besten weghauen. Also ich kann die halt von zorten. Brauch aber ein paar Sekunden. Tobi kann die Sniper counter snipen und Fabio und ich machen halt Crawl Control, so. Ja, Sniper wäre cool, wenn Tobi wegschotten kann, weil ich brauche ein paar Sekunden und in der Zeit schotten die mich meistens. Ja, vielleicht gibt es später auch noch dedicated Sniper oder DMRs für Tobi. Stimmt, so wie ich es gelesen habe, schaltet man so Waffen recht schnell frei mit den Leveln. Ja, hätte auch gern bald meinen ersten Flammenwerfer für CC. Weil Fabio hat ja auch irgendwie eine Schottflinte, die sonst keiner haben kann. Ja, und ein geiles Schild, kann auch so hoch werden wie die anderen Urkons. Ja, aber ich würde sagen, das war die Folge, oder? Ja, leider immer noch zu Stufe 5. Tobi, willst du dich auch mal machen? Jo, gerne könnte machen. Äh, danke fürs Zuschauen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018